der Sportler als es ist es auch so und wie das Riesenportler wurde dort aber auch wieder er hat sogar ganz alt und er hat auch zu scheiß was das er wird das ist doch gespielt kommt schon er ist doch gespielt wird doch ein ja trotzdem da man kann man nicht Nein. Achtung, die sind aber nicht friedlich hier. Ach was. Kannst du mir nicht erzählen, Alter. Man muss das alles... ...pfff... ...leblicher im Arsch, Alter. Diese komische neue Rolls-Base ist... Ja, wer weiß, wie lange die schon spielen. Ja, ist ja auch gut geweibt. Das ist gefallen jetzt. Die haben keine Türen. Die haben direkt Kisten, aber keine Türen. Will ich jetzt mal überall Türen? Nein, von hier vorne, die... Holztür, Holztür! Holztür! Einhauen! Guck mal, ob da was hinter ist. Egal, einfach... Einhauen! Der Rest sehen wir uns auch mal ein paar Metall. Da ist eine offene Tür. Da, mach deine Türbewegung! Und dahinter geht diese Treppe. Habt ihr das gehört? Dahinter ist noch eine Tür, ähm, die ist offen. Ja. Das sind voll viele Leute, wenn die alle online sind, sind wir so tot. Ja. Na, ich werde erst mal meinen Schlafsack. Ich sehe ihn schon wieder. So. Bin nur, oder? Das ist doch mehr Metall, Alter, das ist noch eine Metalldinger. What the fuck, was ist hier hinten überall? Wir sind nicht doch. Das ist noch mehr Metalldinger. Wir gehen, kann auch fahren ohne Ende. Ja, man kann nicht fahren, wenn man... Hat jetzt jemand da die Tür aufgehauen? Nö, ich bin weggegangen, ich hab Angst gekommen. Geh da hin und ich geb dir K... Guck doch mal hier, duck dich mal hier hin, guck mal wie viele Kisten da ich bin. Kisten, 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 überall. Da sind drei Doors offen, man kann einfach so durchlaufen, wenn man die Holztür aufmacht. Ja, wenn man sie hier weg springt, ist man direkt an den Kisten. Ja, lass doch erst mal an der Holztür, vielleicht komme ich so irgendwie da ran. Ja, dann saufen wir an der Holztür. Dann hackt mal schön da rein. Ich geb euch Steckung, ich geb euch Steckung. Ich geb euch Steckung. Ja, wir brauchen einmal mit der Pumpgun, wer da rein schön guckt. Wer seid die anderen hier jetzt schon wieder? Ja, ich bin noch auf dem Weg dahin, ich weiß gar nicht, wer an dem vorher seid. Ich such's gerade. Ja, die anderen. Ja, ich seh jeder, wie das Leiter und die Bewerber. Also, hier oben sind überall noch Türen, Alter. Da wirst du niemals durchkommen. Irgendeiner hat den Garten. Nein, danach ist die Tür frei. Da ist keine Türen, da ist keine Türen. Da kommt ne Treppe. Da ist doch einer. Ja, da ist doch einer. Ja, da ist doch einer. Ich höre die Tür, die sind auf und zu. Stimmt gerade an und seine Homies ab. Da ist sie direkt vor den Türen aus. Von links, von links. Mit kompletter Ausrüstung von links. 2 oder 3 Stück. Wie viele sind das? 3 oder 3 Stück. Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Wo seid ihr eigentlich alle hin? Ich weiß nicht, wie viel rechts ihr habt. Ja, dass die nicht von der Seite kommt. Hat der was gehabt? Ah, rechts ist da rein. Er ist rechts rein. Er ist rechts rein. Ich bin bei denen im Eingang. Lügt mir jetzt jemand bei der Holstkirche? Weiterhacken, wir decken weiter. Von rechts kommt einer? Ist das einer von euch? Das bin ich, das bin ich, das bin ich. Da steht einer, wo der gerade geschossen wurde. Achso, okay. Wer sagt da was? Ist da noch einer? Ist da noch einer? Die Tür ist schwarz. Die Tür ist schwarz. Ja und? Ja, die facht gleich ein. Ich bin jetzt einfach nur dunkel und deswegen ist sie schwarz. Nein, die ist schwarz. Ich will nicht wissen, wie viele Leute da gleich. Steht einer von mir. Boah, Alter. Das bin ich, das bin ich, das bin ich. Boah, das ist ein Kollege, das Fabi. Warum sagst du dich bescheid? Hast du irgendwie ergezogen? Ich schieß von oben. Von oben. Ich bin tot. Ey Leute, ich sag's dreimal. Der hat durch die Mauer geschossen, das sind. Nein, der war ganz oben drauf. Da oben war er. Da hat er durch die Ecke, durch die Mauer geschossen. Kommen wir gleich wieder da. Nein, ich hab ihn oben gesehen. Der war ganz oben drauf. Wirklich. Ja, ich sehe ihn. Man sieht ihn da oben. Ja, okay, jetzt hab ich ein Auge gesehen. Wo hab ich meine Sachen gedrobt? Wo bin ich gestorben? Boah, Alter. Boah, Alter. Kuckst du immer Leute rum. Da sind oben. Ich schieß wieder auf mich. Ach. Alter Leckoscholli. Wollen wir mich lieber abhauen? Ich muss meine Sachen wieder finden. Dann hau ich gerne mit ab. Komm doch nicht ab, wir gehen da durch, oder? Boah, mach die Scheißkür auf, dann gehen wir da rein. Raffi, wo bin ich gestorben? Da vorne, da liegt doch deine Leiche. Wo? Na, geradeaus. Genau. Ich schieß auch nicht. Seck mich. Ja, ich versuch's, aber... Ja, wieder tot! Was? Was? Er ist da! Wie soll ich denn da... Ja, das geht doch weiter rum! Banane stimmt doch auch. Da ist doch kein Baum, wo ich mich hinterstellen kann. Aber kannst du ihn doch treffen? Er ist doch nur irgendwo... Er steht. Ich seh ihn von mir aus. Tür ist offen. Tür ist offen. Alle rein, alle rein. Da drin ist doch nichts. Echt? Tür ist offen? Tür ist offen, alle rein. Unten rechts oder wo? Ja. Ruf hinter der Hand. Man kommt weit nach oben, auf jeden Fall. Wir sollten doch mal gucken, dass ich bei unten meine Sachen auch nicht luken. Boah, fuck! Ich war so knapp. Jetzt nichts! Ehrlich, ich mein, nix. Hey, wieder raus! Das ist einfach nur... Boom! Die Metall... Das haben wohl nix. Das haben wir schon extra gemacht, glaub ich. Wie viele sind das denn? Das war einer! Warum kann der mich killen und ihr trifft den nicht? Hey, das ist der Tod, sie hat. Du hast ihn doch getroffen. Jetzt! Jetzt! Skype! Der Tod? Ja, ich weiß es nicht. Ich seh von oben der scheiß Laserpoint darunter. Hat man wer CP von euch? Ja. Was bin ich da vorne? Ich komm gerade. Wer ist meine Sachen da bloß? Wo liegt denn deine Leiche? Ich hab dann was Kaffee drauf. Man sieht ihn da oben von mir. Fuck! Er ist rumgewackelt, ne? Ich nehme deine Sachen, ne? Nein, lass sie ruhig liegen! Oh, misst einer! Oh, misst einer! Oh, misst einer! Oh, misst einer! Getroffen! Er ist weg, leg! Er ist tot. Ich glaub, er ist tot, ja. Das ist noch einer, das ist noch einer! Ja, ich bin dran! Leuch, ich bin tot! Wo? Ist doch der Tonic! Das Tonic macht... ähm... Ich bin tot! Alle tot? Nein, ich leb noch. Ja! Mach das Ding raus! Was ist denn davon? Ja, ich weiß nicht, wie das Handy ist neu! Boah, scheiß! Alle meine Sachen, ey! Seht mal zu, dass ihr wiederkommen! Seht ihr denn hinterher wollen sichern und tut die Sachen da! Nein, ich bin gleich da! Oh fuck! Ich hab nichts mehr zum Dingsen! Ich hab mir noch mal eine Wall hingestellt, Leute! Ich kann aber Sachen looten! Ich schieße jetzt von der anderen Seite! Ich schieße jetzt von der anderen Seite! Ich schieße jetzt von der anderen Seite! Ja! Ich schieße jetzt von der anderen Seite! Ja! Ich bin aufm Weg! Voll weit! Ich schieße! Ich schieße jetzt! ok so oft schon getroffen ich bin doch noch nicht da Raffi wo bist du? hier hinterm Baum an der Seite meine Sachen sind doch auch hinter diesen hinter diesen Walls oder nicht? ja genau ja da bin ich gleich ok wir könnten uns da hoch bauen wo der ist nein im Leben nicht seh den Laserpointer von einem wenn du dich ne Barrikade gebaut ja das ist mein Laserpointer ja der bauts ja dann ich kann ne Foundation hinstellen ich hab auch genug Holz im Croft nach oben aber wo ist denn unsere Barrikade? wie viel Schockbreite sind das Leute? geh weg da bleib mal alle hier hinter stehen ich baue jetzt ne Sachen mal schnell alle kommen doch nach oben mach ich pack mal bitte den Laserpointer weg Joshi alter ok da bin ich deine Sachen sind da noch hier vorne da oben ist er hier hoch ist das Ding Leute das hackt mit dem Barrikaden Leute die Barrikaden sind für den Arsch keine Ahnung das ist mega großartig kannst du erzählen 1,2,3,4,5 mindestens du kennst mal den ganzen Biergürf ich glaub das Sniper geht soweit 5 Treppen wolle ich mir oh fuck ich hab ihn getroffen wieder 5 Treppen wären wie viele Pillars? 5 Treppen wären wie viele Pillars? 5 Treppen wären auf dem Dach auch 5,20 ne? na sollen wir auf dem Berg abbauen oder wat? Leute ich kann uns vielleicht nach oben bauen ich hab genug Holz ja? dann versuch's mal dann gehen wir da hoch ich bin jetzt auf der anderen Seite man kann vom Scheldkern auf den Schießen von was kann man aus was schießen? ich kann von dem Berg da ganz hinten aus was schießen von was kann man vom Berg da ganz hinten schießen? nein so weit schießt es nicht scheiße du triffst kaum man sieht nur den Kopf von denen ich hab noch 43 Holz gib mir alle Holz gib alle Holz warte wir sind wir sind 74 Holz ok reicht was ist denn das? wie viele leute sind es doch um einen oder was? nein es sind 3 3 ich seh 3 ich seh die ja von hier ich bin ja auf deren Höhe hat einer noch M4 Moni? ne bin voll erwischt ich hab ihn sowas von erwischt der hat nix mehr der schwarze ja einer muss hin wenn er die ganze Woodbank schießen müssen wir schießen und der muss hinrennen und bauen ich hab jetzt schon fast alles das denn ich brauch nur eines Killers hier da schießt jetzt noch einer von hinten links wer ist das? ich weiß es nicht hinten was? hinten links ich bin bei nem Fenster so ganz nah ran und direkt die Dinger nach oben bauen und alle hoch wenn die nicht gucken ihr müsst mir erst mal den Rückendeckung bitte geben ja bei der vorne müssen alle hinschießen ich bin dann noch nicht fertig Leute ich brauch nur ein paar Sekunden wer ist denn das da hinten auf dem Berg? wir sind nicht auf dem Berg das ist das ein Woodshelter ja das bin ich am Woodshelter irgendeiner schieß auf jeden Fall grad auf uns ich schieß auf den ich drück immer zurück boah ich hab den voll den Headshot gegeben einer ist tot einer ist tot einer ist tot einer ist tot so warte ich Leute ich mach den dritten Woodplanks und dann haben wir nach oben dann müssen wir hoch ne ne ich werd beschossen von links was ist das denn? schießt jemand da auf mich? ich bin auf dem Felsen ne ich schieß nicht auf dem wir schießen vom Dach aus nach links nein ich bin ja naa Jungs da wo wir am Anfang ran sind wo wir die Holste zerackt haben ne? ja wenn du dich da durchs Gebäude durchdenkst ich bin auf der anderen Seite von dem Weg da schießen wir nicht raus weil da ist noch einer am Boden sicher? kann mich jeder supporten ja sicher ich komm da rüber gerannt ok ich schmeiß mal ne bengarische Fackel denn ich hab keine dabei ich hab eine ich schmeiß die dahin wo ich bin an meine Pfote da ist keiner ich seh da keinen mach bitte ich bin jetzt hinterm Gebäude siehst du da wo es rot leuchtet ja da bin ich auf dem Felsen bin ich sind die fertig mit dem Felsen? jetzt jetzt schmeiß ich ne Fackel in Richtung Verein nein noch nicht warte ich brauch noch da Luftlinie du leuchtest mich an du hast dich voll in meine Fresse geworfen ja dann dreh ich um 180 Grad da ist einer ey wenn die Typen mit Cap wenn die Typen mit Cap hinten hören die sehen euch nicht mehr gescheit halt nicht so gut mehr weil es doch dunkel ist wie lange brauchst du noch Fabi? ich bin ja nicht bei dir du bist bei mir jetzt ist grad Tufler das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit von oben hat einer runtergeschossen ja ja ich seh dich Roger komm hier hoch hast du noch ein 4 Muni oder hast du gar nichts? ja ich hab 6 Schuss 3 Schuss 3 Schuss 3 Schuss getroppt hier hast du? jetzt wird's doch rechts dunkel auf 0 sicher? ja das reicht ganz genau aus Holz ich seh gar nix ich seh gar nix mehr jetzt ist grad ganz dunkel ich auch nicht das ist optimal für mich ich lau auch für den Bau optimal für mich gleich baut er irgendwo einen wo es einfach voll umgelegen ist aber bitte schießt 1 2 mal oder so ja du weißt dass einer links zu am Berg ist ja schon aber erst wenn sie euch sage schießt ihr ich seh keinen los schießt einer schießt einer schießt einer schießt einer schießt einer schießt einer auch mal noch ich kann halt ich hab nur einen mp5 ich kann nicht so weiter hochschießen ist mit der Pumpe da auch so scheißegal einfach ein bisschen Lärm machen nein schlaufe ich bin jetzt ein stück hinter dir unten am haben und deck dich schenkt mir ab ich kann nicht so leicht ich kann nicht so mal hinbauen hm? ich kann nicht so mal hinbauen doch ein bisschen weiter weg musst du bauen minimal direkt dein Metall kannst du nicht ich weiß aber ich kann auch nicht einfach so minimal einfach wegbauen davon das ist kein Problem ja ich hab aber eben einen getroffen das ist immer rot ist hast du wenigstens einen Pumpkan um dich zu verteidigen? warte mal ich komm mal zu euch weil ich hab ne ich hab ne ähm Sniper ich komm zu euch ich hab ne Pumpkan und schießt doch alles ist möglich lassen wir jetzt zur Treppe laufen oder? weil wir drüber was steht schon oder? an den Bergen ist einer von denen oder was? ja ja einer ist an den Bergen ganz auf dem Boden an den Bergen ist einer von denen? ja aber hey wer achso hier ist nochmal was? helftball? voll nein hier nicht mehr kann sie? er kann dann jens er kann jens wohl in der Nähe bauen das geht nicht wo an von woanders von der anderen Seite einfach ja geh einfach ums Gebäude rum wir haben schon überall außenrum was gebaut deswegen das Feuer ist oder Metall? Metall ne? hier vorne ne hier ist Holz direkt schon dran wie cool ist wo? ja ja bin ich froh gern wer steht da einfach auf einem Fläche da hat jemand du brauchst keine Foundation hier hinten sind schon Foundations komm mal her ich bau grad ich bau grad oh der ballert mit Schuttgart auf mich Leute ihr müsst einmal ums Haus rum ne? ich bin schon Foundations deswegen kann ich hier bauen wer schließt da hoch? ich haste gebraucht? ah ok ja alle zum Touren ich lenke sie ab ich lenke sie ab wo ist der Touren? Kruger bleibt was will ich hier? ja ich bin angeschossen ich bin tot ich bin tot ich bin so ruhig tot sie haben's schon gecheckt ich hab auch mal gerade geschossen hat auf mich war ich einer von euch? nein seid ihr tot oder was? nein hast du da angeschossen da laufen 3 Leute unten welche ah wir das sind wir alle ah ich bin au au der schießt da links vom Berg seht ihr es nicht? ja doch tut er da links vom Berg wir raiden den wo denn? ich bin da wo seid ihr denn? da wo es leuchtet oder was? ja ich schmeiß jetzt ne Fackel da lauft die jetzt hin hier venganische Fackel hinlaufen ich bin ja an Touren mit noch zu gehen ja ich bin da da wffa wo ich bin da ich bin da ich bin da Vielen Dank.